Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Mandantinnen, liebe Mitbürger. Da die Situation mit der Corona-Pandemie weitgehend unverändert ist, habe ich mich entschlossen, das Angebot für kostenlose Telefonberatungen noch bis zum Ende der laufenden Woche zu verlängern, zumal unser Kanzleibetrieb aus diesem Grund ja auch auf Sparflamme läuft. Wir sind gerade dabei, etwas aufzurüsten, was Hygienemaßnahmen angeht, sodass wir hoffen, dass wir ab der nächsten Woche dann den Kanzleibetrieb wieder etwas hochfahren können. Wir bitten Sie aber nach wie vor nur in sehr dringenden Fällen persönlich zu kommen. Das meiste kann man auch telefonisch klären. Unterlagen können per Post, per E-Mail oder per Fax übersandt werden oder notfalls in den Briefkasten gesteckt werden, sodass Sie also nicht gezwungen sind, das Haus zu verlassen und, was ja dringend anzuraten ist, am besten zu Hause bleiben. Ich melde mich, sobald es etwas Neues gibt. Wie gesagt, telefonisch sind wir, wenn auch mit etwas Einschränkungen in dieser Woche zu erreichen und ich hoffe, dass ab nächster Woche eine gewisse Normalisierung unseres Kanzleibetriebes eintritt. Die Gerichtstermine sind ja zurzeit ohnehin so gut wie alle abgesagt worden, aber denken Sie bitte daran, nochmals mal Hinweis, im Moment laufen normale Fristen, ob nun vom Gericht, im Arbeitsrecht, im Mietrecht oder wie auch immer, noch weiter und müssen von Ihnen beachtet werden. Wenn Sie sich nicht zu helfen wissen, melden Sie sich einfach. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.